hi schön dass ihr wieder dabei seid vor paar tagen war ich shoppen und zwar bei hunkemüller und habe mir richtig tolle dessous gekauft und zwei davon möchte ich euch heute zeigen das erste trage ich bereits von oben bis unten in rosa schön bespielt mit schleichen aber was mir am besten gefällt ist der strafgürtel denn die befestigung ist nicht mehr aus kunststoff sondern aus metall und das ist mir sehr wichtig denn ich trage die unterwäsche den ganzen tag und teilweise auch in der nacht kunststoff ging mir immer auf und das passiert mir bei metall nicht aber wisst ihr was das zeige ich euch seht ihr das und jetzt zeige ich euch das zweite outfit kommen wir zur outfit nummer zwei in creme und auch hier sind die klammern aus metall bin schon gespannt welches outfit euch besser gefällt das in rosa oder das hier in creme das war's für heute und wenn ihr mehr von mir sehen wollt in unterwäschung oder auch ohne besucht mich auf only fans da unten ist ein link ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und ja bis bald und das ist mein treuester fan immer mit dabei